Was wollen Lichys? Kurz gespeichert, Lichys sind eigentlich ganz gut. Nehme ich mit, Lichy in Sirup. Die geben ja auch noch ein bisschen Hydration, glaube ich. Was soll ich für einen Server auswählen? Europe East or West. Wir müssen ihn eigentlich einladen, dann kann er gleich mit beitreten. Europa East. Naja, das müssen wir ja erstmal finden. Jetzt musst du ihn bloß als Freund hinzufügen und da kannst du den Squad aufnehmen. Da kann er dann ein Giant Squad haben. Aber müssen wir jetzt hier nicht eine Mission machen, wenn wir hier drin sind? Ne, das stimmt. Gehen wir mal weiter. Mach ruhig eure Mission da oder so zu Ende. Er kann ja erstmal üben, genau. Also ich sehe hier erstmal keinen Stein. Ich kann immer da rüber. Ne, ich kann ja. Hier auch einen hin. Wir haben bestimmt die Bude fix. Ne, da sind sie wieder. Wo bist du jetzt, Plei? Ne, eben weiter vorne in den Laden. Soll ich zurückkommen? Ne, ne, kommt's nicht. Okay, hier bist du. Ja. Jetzt ne Granate sind verkeilt. Da dachte wir haben die Arschliche alle schon. ich weiß nicht kann mir nicht vorstellen ich gucke mal einer weniger hinter dem auto ist er Okay. Jetzt noch gestorben, Klubber. Nee, kommt einer. Der Hund sitzt doch hier hinter der Wand. Ich gucke noch mal. Oh, ich habe eine abgekriegt. Warte, ich flicke mich. Alter, die schießen gut. Der hinter der Wand ist weg. Da hinten am Auto, glaube ich, auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin gerade am flicken, Alter. Bleib lieber hier. So, musst du dich flicken? Nee, nee. Ach, starten wir doch. Ah, das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Den Mosen wieder nehmen. Das letzte Wort da vorne, neben links, neben dem weißen. Das hat er ganz hinten, das war immer. Boah, zwischen den Häusern liegt der. Ja. Was schießt er, Alva? Jetzt frage ich mich hoch. Oh. Ich sehe ihn nicht, den Blöden. Oh, ich sage mal. Der ist genau dazwischen, aber oben im grünen. Was? Was machst du? Hä? Ich sehe es hier stauben, Alter. Oh. 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 Das ist ein Wohlgefühl. Das muss man erstmal... Ja, wo müssen wir hinrennen? Da hin, wo mal herkommst du denn, oder? Du musst rennen, ja. Der Wetter trifft du mich oder trifft du nicht. Aber wenn ich hier bleibe, trifft du mich auf alle Fälle. Oh, wir müssen rechts rüber... also... Oh. Ich bleibe einfach davor, wo wir hergekommen sind. Oder? Oh. Oh. Ey. Jawoll. Ein ganzes Magazin, Alter. Nee, da lebt noch der Idiot. Schreck, ja. Ey, wie konnte er ein ganzes Magazin überleben, Alter? Jetzt wird wieder weg, ja? Jetzt ist er tot. Jetzt ist noch einer vorweg. Ja, der hat gerade hier geflogen. Was ist das? Ich höre nicht mehr. Gucken wir mal drüben bei den... Das sehe ich nicht. Wahrscheinlich schlechten Winkel. Hast du den zwischen den Häusern erlegt? Denk mal. Weil... Es mault nicht mehr. Ja. Gehen wir davon aus. Oh. Oh. Null 10er. Rennen können. Oh. Ich will noch rennen können. Oh. Oh, immer so da. Oh. Oh. Da steht genau da unten. Oh. Die haben ja den Lungen zerballert. Sehr gut. Das ist schön mit dem Klopf nach hinten geklappt. Da klappt Spaten. Und meine Munition wird langsam. Warte mal, ich muss mal ein Dings nehmen. Ich kriege ja nicht mehr als Heimagasine voll. Komm. Nicht? Nee. Muss man das Ding hier sammeln. Muss man erst sammeln gehen. Ich sammle jetzt hier. Sei vorsichtig, Aldo. Ich warte, ja. Jetzt müssen sie eigentlich alle weg sind, ne? Ja, es waren einige, die mal weg gemacht haben, Aldo. So, jetzt gehen wir. So. Jetzt ist er fertig. Ich hänge an diesem blöden Vortag, Aldo. Oh, hier ist noch einer. Hast du? Fuck, weg ist er. Ja, wir sehen, wir wollen das Aldo nach hinten. Jetzt sind wir bloß noch zwei Magazine. Ich renne mal rüber. Nicht, dass da noch einer zwischen... Einer schießt noch, oder? Aus dem Wald, von hinter uns. Hier hat einer seinen dummen Schädel aus dem Wasser gestreckt. Am Ufer. Ich komme immer zu dir. Oh, da hinten ist noch einer. Aus dem Wald war noch einer. Ja. Oh. Alter. Macht ernst. Da brauche ich die Moose hin. Mann, immer, Mann, dass man das hier nicht ordentlich wechseln kann. Alter, das geht mir auf den Sack. Das kann doch nicht sein. Mann, wie viele sind denn das von den Arschlöchern? Du kannst ja keine tausend Schiff mitnehmen. Oh, getroffen hast du. Boah. Du wirst die Guggericht pfeifen. Er ist tot, oder sind noch welche? Alter, wie viele sind denn hier? Das ist doch heiß und man wird langsam hängen. Gibt's nicht sowas. Was? Was? Ich kann ja noch eine Packung und jetzt dann hinschmeißen. 762? Ja. Ist aber geil. Ja. Vielen Dank. Bitte. Wirst du die mal sinnvoll einsetzen hier? Ja, sind sie. Voll, voll. Perfekt. Brauchst du noch 545? Nee, nee. Ich hab doch auch 762. Ach so. Und irgendwas aus dem Wald hat auch noch geschossen. Ja, da war auch noch einer. Deswegen kann ich die Leichen über die Blöden da hinten. Oh. In der Witter? Ja. Jetzt müssen wir hier hinter das Ding hier am besten. Ja, und dann ist ja noch der eine da. Oh. Boah. Ich seh ihn nicht, den blöden Hund. Aber er trifft sich dann verteidig. Kann ich nichts machen? Der hat hier... Nein, runter, runter mit dem Schädel. Alter, ich stand da oben. Der hat er hinten in der Ecke eingeschlagen. Oh, hier kommt er. Warte. Er ist tot. Er war hier auf dem Compound. Okay. Könnte ich nicht mehr. Alter. Ich dachte mir gerade. Ist schon geil, wenn die pushen, Alter. Ja. Die sind nicht dumm, Alter. Die sind nicht dumm. Das ist krass, wie sie es machen. Was ist denn hier hinten? Da ist noch einer. Oder soll ich? Nee, warte mal. Also geh ich andersrum. Ah, Mutti hab ich erst mal. Ich seh hier keinen. Ja, da hab ich wohl da was er hingelaufen ist in der Zeit. Wunder. Da müssen wir wieder einen Meter pushen, ne? Mhm. Da hab ich wohl da was er hingelaufen ist in der Zeit. Wunder. Mal eine gute Brute rein hier. Oh. Da ist noch einer. Mal hin. Dann gehen wir hier lang. Auf. Hat mich wohl mal gepoppen. Mach auf hier, mach auf, mach auf. Ein hier. Empfänglich. Ja. Ich bin erst mal hier drin. Ich bin jetzt nicht im Haus. Boah. Das dumme Wein ins Behen. Eine leichte Wunde. Abwinden. Schnell. Ich seh mal. Ich bin. Trotteln nicht aus. Egal. Scheiße. Das ist wahrscheinlich ein Massenscheiß. das Haus. Hm. Was mach ich denn jetzt hier? Komm. Wolle weg her. Das sind wenigstens. Wurz. Wehe aus der Reihe. Hm. Wo hast du eigentlich Beschuss gekriegt? Du warst doch hier hinten schon hinter dem Haus. Ja. Gegenüber. In dem Wald. Irgendwie. Da in der Ecke. Wo die Busen sind. Ich laufe hier rum hier. Jetzt schießt keiner auf mich. Oder war das der eine der gequarkt? Ich glaube da warte ich hier über den Steg. Da ist noch so ein kleiner Steg über den Fluss. Mhm. Naja. Jetzt wird es irgendwo. Ich glaube ich mal raus und rechts rum. Ne ne. Da hinten ist nur noch einer. Irgendwo. Rein für Kütze. Oh. Hier kann ich nicht bleiben. Sehen halt nicht. Oh. Weiße Mann. Wo sollen wir denn hin? Hm. Ich komme mal zu dir. Was ist denn hier? Ich nehme mal. Da schießt einer. Ja. Und einer noch? Deke. Hast du gerade geschossen? Ne. Ich bin wieder hier vorne an. Und wem das? Die haben das nicht. Ah, ich sehe da auch nicht, dass du Schwein. Wo. Ich sehe da auch nicht, dass du Schwein. Weil jetzt nicht drüger ist. Mann. Ich sehe da auch nicht, dass du Schwein. Wenn man da unten sieht... ...muss man denn da auch sehen? Kann nichts sein, ey! der rober der anderen teile macht ich versuche den krieg da was hieß aber von leilzeiter mann in dahinten Der ist einfach da. Es geht so nicht hin. Das kann nicht sein. Hm. Nein, nein, nein. Ich müsste jetzt mal hier über den Steg laufen. Die Huren sind, glaube ich, ja. Ich bin hier in einem kleinen Scheißhaus, wo die Kiste drin steht. Ja, naja. Ja, die sind dort. Der muss ja drüben. Aber erinnerst du auch noch da hinten. Ist natürlich doof, Alter, weil hier offen ist. Du willst da hinrennen und zu zweit und wenn wir drauf gehen, gehen wir halt drauf. Aber wir müssen da rein, wir können nicht da stehen bleiben. Aber wir kriegen unser Zeug nicht mehr. Nee. Okay. Nicht das dumme Schwein hier hinten wenigstens. Hm. Oh, ich hab... Oh, ich hab einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Okay. Warte, ich brauch die Mose hin. Ah, mach ich nice. Ja, der war gut. Jetzt ist Ruhe, wartet bloß einer. Nee, nee. Der hinten quackt noch einer. Ich hab's gar nicht. Los, wir rennen über die Brücke. Ja. Und andere übernimmt aus dort. Oh, weiter, weiter. So. So müssen wir's machen. Oh, ja, 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 ja. Oh nein. Boah. Was nicht? Eine Veranda. Halb hoch. Da war nichts mit verdecken. Alter. Das ist wie so ein Tresen bloß. Achso. Bambus ist das richtiger. Riesenbambus. Geil. Das ist aber auch groß, das Gelände. Ja. Das ist ja noch so eine Kneipe. Das hat noch keinen Fehler zu sein. Ich renne bei den. Ich renne in die andere Hütte rüber oder? dass wir vor uns die rechts die weise jetzt blöd gemacht echt milchstift zeit aus ja noch mal ja ob wir sind weiß aus wie die benzin kann ist das in den weisen die wir hätten das den halber das ist ein aber immer wohin läuft einer könntest du das ja 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 die wenn die rechts am haus guckst da steht das haus was verlängst steht auf der rechten seite dazwischen lief da irgendwie dazwischen lief darum hinter dem haus aber bei durch die seite die mir nicht sehen quasi dann kann man auch pushen dass wir schleichen das war es dann im krieg ja alle böse gut okay das waren die auch steuer den noch auf uns machen denn die hier da unten ist noch einer muss denn das hin junge kommen wir da rein genau das ist kein schutzer nee bist du da ist da ist er da oben hast du nee ich glaube nicht boah da läuft es so blöder springt da rum die falsche geld aber er springt mhm mhm oh mhm 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 Mensch, man muss viel Zeit nicht. oh hier ist eine brücke aufpassen dass er nicht noch ein paar stehen hier draußen einfach weiter hinter hat mich getroffen hier hat es gemacht wann die schiele sind denn hier von den eine leichte brise weiss verbinden dauern oder lange habe ich ja was die türen schließen also man sieht sie gar nicht das ist ja ein blutbeutel main setzen nein jetzt muss man so weit gekommen sind aber windows die autorisation fehlende die autorisation fehlt vor allen dingen man kann es mich nicht einlassen ich will ja nicht was hat das mit der steam autorisation zu tun frage ich mich keine ahnung das spiel ist auf jeden fall nur und hat ein hohes niveau muss ich sagen ja das ist nicht ohne aber auch die kai ist nicht dumm nein überhaupt nicht ganz anders wie es gäst die fallen halt auch so schön um die überlegen mit ich hab jetzt so weit geht ein großes aber ich hab jetzt so weit geht ein großes aber ein stimmen Ach Mensch. Steamautos sind so in unserem Arm. Mensch. Ach, das braucht bloß zwei. Okay. Ich glaube, es ist hier Ruhe eingekehrt. Ja, jetzt, wo ich noch da bin. Geil. Ach Mann, du Kotzenarer. Drecks Team, ey. Aber auch nicht einer von den Arschlechern muss hier einen Schlüssel haben. Ich muss schon mal ein Fach reinmachen, wenn ich noch einen Schlüssel bringe. Soll ich den Löwen? ja weil das zeug auch nicht versichern kann ich kann jetzt nicht die millionen leute durchsuchen doch ich muss ja dann da liegen eigentlich wenn ich gleich hinten dann kannst du da bist und dann müsste es klappen aber hier ist noch einer mann haltet doch mal eure schnauze ist das okay ja klar ist alles weg hier, hier Artwebber, muss mich schon wieder an den Spot einladen, da kann ich wahrscheinlich wieder hin und wieder bis Glück. Du kannst ja gleich hinten runter laufen. Ja, ja, will ich auch ganz zum letzten Haus bleiben. Geil, ich kann nicht einladen. Ich hoffe, du kommst rein. Ja, das ging schon mal. Nice. So, Joint Squad. Looking for Surfers. Surfer found. Connecting to the server. Spon. Running to the game. So, Geräuche kommen hoch. Oh, Peter. Wie viel FPS habt ihr so durchschnittlich? Ja, so zwischen 60 und 80 und was auch. 105. Ich hab 40. Ja, so lange wie es spielbar ist. Naja, ich hab ja auch nen Laptop-Grifter. Achso. So, da ruf ich mal nen Heli her. Da hab ich nen Schlüssel. Ach, blöde Hund. Also wenn ich zu dir komm, ich hab nen Schlüssel. Für den Laden hier hinten. Da müsste das hin, ja. Na dann einstecken. Da ist für die blaue Lagune. Deck Kay. Was könnt ihr da hin? Ich hab nochmal blöde Muni hier. Wo ist mein Muni? Hier. Zack. Zack. Ah. Na ja, das auch zu. Ui. Ach. Schatz. Ah. Ach. Ach. Schatz. Ach. 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 was ich hier annehmen kann aber ich habe seine macke hat so wie es hier aber exit camper gibt es hier auch ne ja naja auch bei dir eigentlich nicht denn jetzt sind schon wieder welche nachgesprochen aber ich meine ak msn mitnehmen jetzt ja nicht nicht dass ich hier nackt da stehe obwohl das bringt ja nicht weil ich ja kein rucksack so sind wir im heli ok cool ich bin ja schon schlüssel haben also licht eine million feier vollidioten rum keiner wird ihn nicht er wollte ja mich alle verarschen keiner hat ihr scheiß gesucht kein du 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 Bis zum nächsten Mal.